Also Freunde, herzlich willkommen hier in der Odenwaldhölle, Freitagabend, das Wochenende beginnt, heute Abend hier ist der Ritterwald, Fasching im Odenwald und wir freuen uns auf einen geilen Abend, viel Spaß mit unserem Podcast, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Hi, wir haben für euch ein kleines Liedchen vorbereitet, wenn ihr das erratet, dann seid ihr gut, wir haben es aber auch richtig gut einstudiert. Wir könnten auch einen Gästelisteplatz vergeben. Genau, zwei Gästelisteplätze für die Ersten, die es erraten und unter das Video kommentieren, was es für ein Lied ist. Und zwar am Montag im Gießen-Teig. Ich finde das. Okay, also gut. Okay, fang an. Und zwar am Montag im Gießen-Teig. Ja. Achtung! Alles was 50 teilen wir dir Ihr seid unter tretendlich, ihr seid nie surprise Auneient meine Hand und geh mit mir Wir sind auf Außerdem wir saufen, wir sind auf La 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 la, la 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 Wir flauen dann die Wände Zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir platzen zusammen und keiner ist allein. Und an die Hände, wir platzen zusammen. Zandbach, hello! Zandbach, Zandbach! Drei, zwei, eins, los! Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an. Im Kindergarten, im Kindergarten. Und wenn sie groß sind, fragen sie sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vergehen kann. Wo hat der Polizist sich im Gebüsch versteckt und immer wieder neue Streiche ausgeheckt? Wo war die Lehrerin? Gefangen in der Räuberhöhle als entführte Königin. Im Kindergarten, im Kindergarten. Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an. Im Kindergarten, im Kindergarten. Und wenn sie groß sind, fragen sie sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vergehen kann. Buffalo, 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 Buffalo! Buffalo, Buffalo! Aus flag cima und deliveries internal. Jetzt kommt der Stirn, die Ballche, die Leute ja auch, aber jetzt hin und geht. Im Lose und Volo, Lese, im Makese ist der Bier der Ruhe heap dann. Wir spielen los mit ganz kurzen Schrecken, er wie fast der Heidi von Lübben bei der Schule, John. Das gibt es den Mund, ja, und volle auf. Einfach so gut. Wir spielen auch heute mit der Tat. 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 So, das war das Mal eben unser erstes Mal in Poppenweiler. Wir sind wieder hier am 25.00 Uhr. Dann sind wir in einem Zelt. Schaut wieder vorbei. Wir hatten heute mega Spaß. Und wir würden uns freuen, bis bald. 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 Bis bald.